Ein Tag, der nachrichtlich ruhig begann und jetzt in den letzten zwei Stunden doch noch einiges an Krimi-Atmosphäre versprüht. Mehr dazu in dieser Sendung. Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu Phoenix. Der Tag. Der erste Krimi war ja schon gestern, der war nämlich bei ihm. Das hatte schon etwas von einem Krimi, was sich da gestern auf einer Autobahnraststätte in Schleswig-Holstein abgespielt haben muss. Da nahm die Polizei Carles Puigdemont fest, den ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten. Ziemlich überraschend sicherlich für ihn und auch für die Öffentlichkeit. Denn Puigdemont lebt ja seit dem umstrittenen katalanischen Unabhängigkeitsreferendum im Oktober in Belgien, war jetzt offenbar auf der Rückreise von Finnland. Da aber seit Freitag vergangener Woche der zunächst ausgesetzte europäische Haftbefehl gegen ihn wieder gilt, griffen die deutschen Behörden jetzt also zu. Heute wurde er dem zuständigen Amtsgericht in Neumünster vorgeführt. Die Entscheidung über Puigdemonts Auslieferung sei Sache der Justiz, sagt die Bundesregierung. Politisch aber stellt sie sich ganz klar auf die Seite der spanischen Zentralregierung. Spanien ist ein demokratischer Rechtsstaat. Und es bleibt die Überzeugung der Bundesregierung, dass dieser Katalonien-Konflikt innerhalb der spanischen Rechts- und Verfassungsordnung gelöst werden muss. Und aus diesem Grund haben wir in den vergangenen Monaten die klare Haltung der spanischen Regierung zur Gewährleistung dieser Rechts- und Verfassungsordnung auch unterstützt. Noch heute wird das Amtsgericht Neumünster über eine sogenannte Festhalteanordnung entscheiden. Das ist der erste Schritt für das mögliche Auslieferungsverfahren. Auch die Grünen sagen, jetzt sei die Justiz am Zuge. Es ist mir wichtig zu betonen, dass wir in einem Rechtsstaat leben, zu dem die Gewaltenteilung als Prinzip dazugehört. Das heißt auch, dass die Justiz jetzt ihre Arbeit machen muss und eine politische Einflussnahme auf die Justiz sich verbietet. Puigdemont wurde gestern auf der Rückreise von Finnland kurz hinter der deutsch-dänischen Grenze festgenommen. Diese Festnahme sei ein Fehler, sagt die Linke und warnt. Wenn er ausgeliefert wird, das sehen wir ja jetzt schon mit den Demonstrationen in Barcelona und in anderen Städten, wird Öl ins Feuer dieses Konfliktes gegossen und die Bundesregierung sollte sich sehr hüten, Öl ins Feuer zu gießen. Sie sollte darauf drängen, dass repressionsfrei politische Entscheidungen getroffen werden. Dass über die Auslieferung schon diese Woche entschieden wird, sei unwahrscheinlich, so die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein. Puigdemont hat sich auch die Bundesjustizministerin Katharina Barley eben gerade geäußert. Am vergangenen Sonntag, dem 25.03. ist der ehemalige katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont in Schleswig-Holstein verhaftet worden. Grundlage dafür ist ein europäischer Haftbefehl. Und das Verfahren liegt nach den Regelungen über den europäischen Haftbefehl und den deutschen gesetzlichen Grundlagen in der Hand der zuständigen Gerichte und Behörden des Landes Schleswig-Holstein. Deren Prüfungen und Entscheidungen gilt es abzuwarten. Und ich bitte um Verständnis, dass ich mich zum jetzigen Zeitpunkt zu diesem laufenden Verfahren deshalb nicht weiter äußern werde. Vielen Dank. Ja, und das Ganze ist ein Verfahren, das nach ordentlich Einordnung ruft. Also rüber zu unserem Rechtsexperten Kolja Schwarz. Herr Schwarz, können Sie uns erst mal erklären, was ist eigentlich dieser europäische Haftbefehl? Ja, der europäische Haftbefehl ist quasi ein vereinfachtes Verfahren, Menschen, die gesucht werden aufgrund von Straftaten, schneller auszuliefern an andere europäische Mitgliedstaaten. Die EU hat sich vereinbart, das so zu machen, weil man davon ausgeht, dass in allen EU-Mitgliedstaaten rechtsstaatliche Prinzipien gelten und man sozusagen darauf vertraut, dass dann die Justiz in dem jeweiligen Land das schon richtig prüfen wird. Deshalb gibt es beim europäischen Haftbefehl sozusagen ein vereinfachtes Verfahren, ob ein Mensch ausgeliefert wird oder nicht. Okay, jetzt haben Sie das schon angesprochen, dass also weiterhin die Justiz im Lande zuständig ist. Das wäre bei uns nun mal die Bundesrepublik Deutschland. Wer entscheidet jetzt also hier? Ja, hier ist erst mal zuständig die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein. Die muss jetzt das erste Prüfungsverfahren durchführen sozusagen und gibt das dann an das Oberlandesgericht ab, was dann letztlich darüber entscheidet, ob eine Auslieferung zulässig ist oder nicht. Also auch das Oberlandesgericht, was dort vor Ort, wo die Festnahme stattgefunden hat, sitzt, also auch in Schleswig-Holstein. Allerdings muss man sagen, dass die Generalstaatsanwaltschaft auch verpflichtet ist, Bericht zu erstatten gegenüber der Landesregierung und die wiederum gegenüber der Bundesregierung. Also so ganz außen vor ist die Regierung dann doch nicht. Ja, das ist interessant. Wir haben eben in dem Beitrag ja schon Steffen Seibert, den Regierungssprecher, gehört, der ja dort eindeutig die Meinung der Bundesregierung zumindest zum Besten gegeben hat. Gibt es also doch so etwas wie eine politische Einflussnahme? Ja, da kann man nur hoffen, dass das nicht der Fall ist. Das würden wir, wenn dann, auch gar nicht mitbekommen, dass die Generalstaatsanwaltschaft hier irgendwie Anweisungen bekommt oder zumindest die Meinung der Bundesregierung da mitzuhören bekommt. Entscheiden wird am Ende ein Gericht, das Oberlandesgericht, über die Zulässigkeit. Und das ist auf jeden Fall unabhängig und wird hier sicherlich nicht Weisungen von der Politik bekommen. Okay, damit haben wir das Strukturelle sozusagen abgearbeitet und gucken mal aufs Inhaltliche. Der Vorwurf, der ihm ja in Spanien gemacht wird, ist der der Rebellion und auch der Untreue. Wie wahrscheinlich ist aus Ihrer Sicht die Auslieferung und welche Rolle spielen da eben auch diese Vorwürfe in Spanien? Die Vorwürfe sind ganz entscheidend, weil es beim europäischen Haftbefehl, bei dieser vereinfachten Prüfung darum geht, sind diese Taten, die ihm vorgeworfen werden, die Handlungen, wären die auch in Deutschland strafbar? Denn nur dann müsste in diesem Fall hier ausgeliefert werden. Und bei der Rebellion ist das schon mal schwierig, weil die Rebellion, die steht so nicht im deutschen Strafgesetzbuch. Und es gibt aber einen vergleichbaren Straftatbestand in Deutschland, den Hochverrat. Und da muss man jetzt gucken, ist das, was im Haftbefehl drinsteht, ganz konkret, die Handlungen, die ihm vorgeworfen werden, sind die hier, wären die hier strafbar sozusagen, wäre das hier Hochverrat? Dann würde Deutschland ausliefern. Wenn man das aber nicht tut, dann, Sie haben es gesagt, steht immer noch die Untreue, die Veruntreuung von staatlichen Geldern in Spanien im Raum. Auch das wird ihm vorgeworfen und das ist in Deutschland auf jeden Fall strafbar. Es könnte also auch sein, dass Deutschland am Ende sagt, naja, wir liefern aus, aber wir liefern nur wegen der Untreue aus. Und dann sagen Sie vielleicht auch, Spanien, ihr dürft dann auch nur, denn so sind auch die europäischen Abkommen, nur wegen der Untreue anklagen und verurteilen, ob Spanien sich dann darauf einlässt, also überhaupt den Haftbefehl aufrechterhält oder ob es dann gar nicht zur Auslieferung kommt. Das muss man abwarten. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die ganzen Erklärungen, Kolja Schwarz. Vielen Dank an diesem Tag. Vielen Dank.